Auf der Mauer! Den Rucksack nehme ich dir schon mal ab. Hey, willst du mir auch raus? Na klar. Warte, 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 warte! Wir brauchen noch eine Antwort. Das ist wirklich der Beginn für das Video. Ja sicher. Dann drehen wir die Kamera um. Siehst du, als wäre ich hier alleine. Yo, what's up Ride Run Community? Yeah! Wir sind hier beim Ride im Duesburger Landschaftspark. Und mehr habe ich auch nicht zu sagen. Video beginnt. Wir sind hier beim Rims basare. Wir sind hier beim Rims. Ich bin hier im Duesburgerใger und ganz Liste. Ich bin hier im Duesburger. Ich bin hier im Dues-NAS-Beres in den Alt. Oh, ich bin hier beim Rims. Ich bin hier beim Rims. Wir werden die Schlügelwachter aus. Wir werden wiederum-Rims essen. Ich habe das Objektiv seit drei Tagen oder so schon Reifen abgekriegt und schon komplett voll mit Matsche. Ich habe das Gefühl, dass ich die Musik 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 Kameramann Johann Ich sehe schon Marvin mit einer Reitschrift Dein Ernst? Jaaa So Niklas, Niklas erzähl nochmal kurz, wo bist du? Ich bin in dem Park, wo wir damals waren In Duisburg an dem Rhein Ah, in dem Skatepark Der ist chillig Aber da sind wir doch gar nicht Ja, hab ich auch gerade bemerkt Da kommst du noch, ne? Wir sehen uns gleich Ja Okay, cool Ich hab einen Standort schon mal angemacht Dann kannst du mal sehen, wo wir sind Ja, ich fahre diesmal in die richtige Adresse Bis gleich Hopplich, bis gleich Der Niklas ist nicht der cleverste Leute Planbesprechung Warte Bist du noch im Rhein, Parker, oder bist du schon hier? Was meinst du? Ob du noch... Ah, sehr gut, wir kommen vorbei, bleib da Bis gleich Ich bin fertig Pfff Ah, hier, wie schön Kannst du mich? Ja Und jeden Ich bleib da Ich mach das hier noch durchschreiben Ja Ja Jaaa! Jaaa! War geil! War schön! Jaaa! So Flo, das musst du mir jetzt erzählen. So einen geilen Bail haben wir verpasst. Schlechtes Kamerateam. Ich habe euch gesagt, dass ihr warten sollt. Es ist alles vorbei. Kluobankhaus. Straßenbahnhaus. Ah, das ist klar nächstes Mal. Es gibt ein nächstes Mal, wie schön. Es gibt ein nächstes Mal. Aber heute ist vorbei. Ja, Ben hat es verkackt. Wir hauen jetzt ab. Jaaa! Weißt du? Galera. bei euch schülayer euch wür Swiss